Hallo, im heutigen Produktvideo möchte ich euch noch nicht verstellbare Tortenringe erklären. Und zwar haben wir zwei, die sind 6 cm hoch und wenn man die ganz zusammengeschoben hat, in den kleinsten, ist sie von 18 cm und 31 cm. Die zweite Variante ist ein bisschen höher, da haben wir 9 cm und wenn man das ganz zusammengeschoben hat, fängt man ab einer Größe von 16 cm an. Das Schöne an dem Ring ist, dass man die eben auseinander ziehen kann, dass man einfach hier nur links und rechts zieht und kann seine Größe, wie man es möchte, ganz einfach steuern. Ja, dann möchte ich euch nochmal zeigen, das sind ja rodenlose Backformen. Wenn man da, wie bei den eckigen, da möchte ich Biskuit backen und den würde mir rauslaufen, kann man einfach mit Alupoie und Backpapier drunter legen, mit einer Hand festhalten. Und mit der anderen hier schön eben mal falten, knicken, auf Spannung ziehen, den rumlegen. Und wenn man dann hier zum Schluss kommt, falte ich mal von der anderen Seite rein und dann wieder von der anderen, dass man so links, rechts knickt, schön anbrückt und schon mal mit dem ganz tollen Tortenboden mit Boden. Wir Servuen rund um so weiter zu machen und dann bis zum Schluss kommen und dann bis zum Schluss. Está gut, chưa? Danny- Howell